So, und dann ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video mal eine sehr, sehr positive Nachricht über das gute Silber und den Silberkauf, denn es ist tatsächlich so, dass die Mehrwertsteuer, die es ja im Prinzip seit Oktober für alle importierten Silber, neuen Silberprodukte gibt, Silberanlageprodukte gibt, die gibt es jetzt vorübergehend nicht mehr. Und zwar bis zum 1.1.2023 ist es so, dass die Differenzbesteuerung für diese Produkte zurückkommt, sozusagen als Übergangszeit zwischen, ja im Prinzip zwischen der Zeit, wo die Differenzbesteuerung anwendbar war auf diese neuen Produkte und dann der Zeit, wo sie nicht mehr ist, weil ihr wisst, das ist ja in so einer ziemlichen Nacht- und Nebelaktion damals durchgebracht worden. Ja, jetzt ist es wohl so, dass viele Händler sich darüber beschwert haben, zu Recht, weil es auch einfach totaler Schwachsinn war und jetzt damit es hinbekommen haben, dass das jetzt nochmal ein paar Wochen, beziehungsweise einen Monat lang, ja, jetzt den Monat des Dezembers sozusagen nochmal ausgesetzt wird, ja, und in der Zeit könntet ihr jetzt zum Beispiel auch noch Silbermünzen wieder mit einigem an Abschlag kaufen, sozusagen, ja. Gut, da sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber. Erstmal gucken wir uns das an, was ich heute mitgebracht habe. Da habe ich einmal mitgebracht einen 500 Gramm Silber-Fiji-Münzbarren, sehr, sehr schöner Barren, zur Anlage unter Umständen gut geeignet, kommt eben immer auf den Preis an, ja. Gleiche Sache eben auch bei dem hier, die haben keinen steuerlichen Unterschied mehr im Prinzip, dann nächstes Jahr, aber nichtsdestotrotz kommt es auch da immer auf den Preis an. Und genauso natürlich auch irgendwo hier, auch wenn das mehr so in die Richtung Seminismusmatik geht, denn das ist natürlich ein Unzen Münze von der Australian Nugget-Serie mit dem Nugget Hand of Faith. Das ist übrigens ein Umicor-Fijl-Silber-Bahn, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Gut, also wie gesagt, ihr merkt es wahrscheinlich schon, es geht mir heute nicht sonderlich gut, ja. Ich habe ja auch am Donnerstag kein Video gemacht, es liegt daran, dass es mir einfach im Moment nicht gut geht. Bin irgendwie ein bisschen krank geworden, keine Ahnung, ging mir wirklich auch ziemlich schlecht vor ein paar Tagen. Irgend so eine saisonale Grippegeschichte, nein, kein Corona, selbst wenn es das wäre, ich werde es nie erfahren, weil ja, viel Vitamin und gut ist und dann wird das wieder alles easy. Dementsprechend ist das jetzt nicht großartig schlimm. Ein bisschen ärgerlich ist es, weil ich natürlich viel Zeit im Moment für das aufwende, für diese Geschichte mit den Silbersachen, die ich auf den Markt bringen will, wisst ihr ja Bescheid. Aber ja, das ist eben jetzt erstmal so, wir sind da trotzdem, liegen da gut in der Zeit und ich denke mal, dass wir in zwei Wochen ungefähr den Verkauf auch starten können. Nur mal so als kurze Information, da wird es nicht viele Produkte geben, ja. Aber viele verschiedene, aber nicht viele im Generellen, also wenn ihr welche wollt, solltet ihr euch dann vielleicht auch schon mal dafür anmelden, für diese Geschichte. Aber da mache ich nochmal ein extra Video zu, ihr könnt euch jetzt im Moment auch noch nicht anmelden, ich habe das noch nicht alles aufgesetzt. So, aber gut, soviel erstmal dazu. Jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wie es denn aussieht mit dieser Geschichte, mit der Steuer mit Silber. So, also generell, was passiert ist, ja. Ihr wisst ja, dass vor ein paar Wochen, Monaten, im Oktober, es ja auf einmal so ein Schreiben rauskam, was die Differenzbesteuerung für neue Silberprodukte im Prinzip gecancelt hat. So, es hatte keinen Einfluss auf den Gebrauchtmarkt von Silberprodukten, natürlich nicht, weil die Differenzbesteuerung für den Gebrauchtmarkt von Produkten immer anwendbar ist. So, jetzt ist es allerdings so, dass diese ganze Geschichte ja schon immer auf einer Grauzone beruht hat. Ja, wir hatten schon immer diese Sache mit den Münzmachern, okay, es stand nirgendwo speziell drin, dass Sachen nur, weil sie in Zahlungsmittel sind, Differenzbesteuert werden können. Es stand nirgendwo tatsächlich so geschrieben. Ja, dementsprechend ist das so eine Geschichte, ja, irgendwie so ein bisschen semi. Ja, dementsprechend hatte halt auch nur ein bisschen Kontext gefehlt und mit ein bisschen mehr Kontext konnte man diese Geschichte ganz leicht ausheben und mehr Steuern finden die natürlich alle super. So, gut, dadurch sind natürlich die Aufschläge ein bisschen gestiegen. Jetzt auch nicht extrem hoch, ja, erstmal natürlich schon durch die erhöhte Nachfrage, die aufgrund dieser Nachricht entstanden ist, ja, aber sind dann natürlich auch wieder gefallen, so auf um die 30 Prozent, wie wir es die ganze Zeit schon hatten. So, jetzt allerdings diese Geschichte, dass sich ein paar Händler wohl mit irgendeinem Regierungsvertreter oder so auseinandergesetzt haben und herausgehandelt haben, dass das bis Ende des Jahres noch aufgeschoben wird und dass man jetzt bis Ende des Jahres auch noch differenzbesteuerte Silberanlageprodukte käuflich erwerben kann. Neue Silberanlageprodukte, weil gebrauchte kann man da ja sowieso erwerben, das wisst ihr ja. Also, definitiv eine sehr, sehr coole Geschichte, ja, für Silberanleger und für alle Leute, die sich jetzt schon Gedanken gemacht haben, dass sie jetzt gar kein Silber mehr kaufen können, was sich sowieso bald erledigt hat, weil wie gesagt, ich biete ja dann wieder günstiges Silber an. Ist halt nur leider kein Feinsilber, noch nicht, mal sehen. Aber generell ist das natürlich keine sehr, sehr coole Geschichte und eine Sache, wo man sich denkt, ja, wofür braucht man jetzt tatsächlich noch eine Steuer auf irgendwas, ist natürlich totaler Schwachsinn, ja. Aber generell muss man auch sagen, im Gesetzestext stand Silber nie anders drin als mit 19 Prozent und diese Geschichte mit der Differenzbesteuerung war irgendwie so eine Semi-Grauzone. So, gut, jetzt ist es also so, bis Ende des Jahres kann man jetzt noch Silber bei den Händlern, die es umgestellt haben, ja, also ihr wisst, solche Sachen über den ganzen Shop hinweg umzustellen, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Es kann gut sein, dass das manche Händler jetzt auch über diese Feiertagszeit nicht machen. Die, die es machen, seht ihr jetzt auch hier an dieser Stelle, haben einen sehr, sehr signifikanten Unterschied am Aufschlag, ja. Da könnt ihr auch ungefähr sehen, wie der Unterschied am Aufschlag zwischen Differenzbesteuerung und keiner Differenzbesteuerung ist, ungefähr 4 Prozent hier an dieser Stelle. Eigentlich sollte es ein bisschen mehr sein, aber das kommt natürlich dann immer darauf an, was der Händler dann auch wie aufschlägt und natürlich auch wie die Nachfrage danach ist. Dementsprechend regelt sich natürlich auch der Preis. Aber ihr könnt definitiv hier sehen, 24 zu 28 Prozent im Vergleich. Es ist nicht verkehrt. So, ist gut. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte, würde ich sagen. Ist für jeden, der noch Silber kaufen möchte, gerade auch für die Feiertage oder sonst irgendwas, bestimmt eine sehr, sehr coole Nachricht, wo man sagen muss, ja, das hat auch gut funktioniert und so weiter und so fort. Kann man sich doch wirklich nicht großartig drüber beschweren. Beim Gold gibt es natürlich weiterhin keine Änderungen, ja, wisst ihr ja, aber für die, die es interessiert, hier an dieser Stelle auch nochmal das dazu. Gut. Also, wenn euer Händler des Vertrauens das zum Beispiel umgestellt hat, coole Geschichte, wenn nicht, könnt ihr ja auch nochmal bei einem anderen Händler bei Gold.de oder so gucken. Ich kriege dafür natürlich nichts, aber nochmal so im Generellen. Ich will das Video heute auch nicht zu lange machen, weil wie gesagt, mir fehlt es so ein bisschen an Stimme und auch generell ist mir so ein bisschen schwindelig und so weiter und so fort. Ich bin einfach noch nicht wirklich wieder gesund. Aber was ich gerne nochmal erwähnen wollte, ist, dass ich trotz der Tatsache, dass es mir jetzt nicht so gut ging, dass ich relativ krank war, sind wir, wie ich es eben schon gesagt habe, auf Kurs, dass ich meine günstige Silberanlage-Alternative, ja, was heißt Anlage? Ich darf es rechtlich gesehen nicht Anlage nennen, also werde ich das auch nicht tun, aber meine Silberdinger, ja, sagen wir es jetzt einfach mal so, auf den Markt bringen kann, noch dieses Jahr und hoffentlich auch noch vor Weihnachten. Das ist so der Plan, dass wir das in zwei Wochen hinbekommen, die ganze Geschichte. Nur für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ja, es geht dabei darum, wieder günstige Silbersachen auf den Markt zu bringen, die Leute kaufen können, die einfach so viel Silber wie möglich für ihr Geld haben wollen. Der Aufschlag wird sich dabei auf um die 10% belaufen. Bei 800er Silber wird es ziemlich genau 10% Aufschlag sein, bei höheren Feinheiten an Silber vielleicht ein oder zwei Prozent mehr. Das kommt darauf an, wie viel ich von diesem Silber tatsächlich bekomme. Ist leider relativ schwer zu bekommen zu einem guten Preis, das ist das Problem. Ich muss dafür normalerweise etwas über Spot bezahlen. So, aber es ist auch nicht großartig wild, ja, wir sind im Zeitframe sozusagen sehr, sehr gut drin. Ich habe alle Gussformen bekommen, die ich wollte, ja, ich habe das Equipment bekommen, was ich wollte und ich denke mal, dass ich hoffentlich, wenn es mir nächste Woche wieder besser geht, anfangen kann, Sachen, ja, zu machen und euch die dann auch anzubieten in näherer Zukunft. Das wird jetzt erstmal leider noch nicht über einen Online-Shop laufen können, weil ich wirklich keine Zeit hatte und auch keine Zeit habe, jetzt im Moment einen Online-Shop aufzusetzen. Das Ganze wird über eine E-Mail-Liste leider erstmal nur funktionieren. Das ist aber auch nicht großartig schlimm, weil so oder so der einzige Zahlungsmethode, die wir dafür machen könnten, Vorkasse wäre, weil das natürlich so eine Geschichte ist. Ich mache gefühlt keinen Gewinn an diesen Geschichten, ja. Wenn man die ganzen Fixkosten abzieht, ist es faktisch kein Gewinn. Und wenn mich eine Person abzieht bei dieser Geschichte, ist das ganze Projekt im Arsch. Das ist leider so, ich kann es nicht ändern, ich kann kein PayPal und sowas anbieten. Das ist aber nicht schlimm, weil das sowieso der Marktstandard ist und so gut wie kein Händler diese Geschichten anbietet. So, solltet ihr trotzdem mit euren Produkten nicht zufrieden sein, könntet ihr die natürlich auf meine Kosten zurückschicken. Das ist überhaupt kein Problem, so. Aber jetzt ist natürlich die Sache, ja. Wann wird das jetzt genau passieren und so weiter und so fort. Ich mache dann nochmal ein spezielles Video dazu, ja. Ich bin mir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, einfach weil es mir jetzt noch nicht gut geht und ich noch nicht anfangen konnte mit den Sachen, die ich machen möchte, ja. Ich kann euch sagen, dass es vermutlich drei, vielleicht auch vier verschiedene Produkte geben wird. Es wird wesentlich kleinere Produkte geben, als ich das erst geplant habe. Ihr erinnert euch noch, erst hatte ich hier solche Barren mitgebracht, ja. Das ist fast ein 500 Gramm Barren und dann hatte ich hier drüben auch noch einen, der fast ein 750 Gramm Barren ist. Die sind zu groß, ja. Das ist versicherungstechnisch schwer, diese Geschichten so zu machen. Ich werde das in kleinere Produkte machen. Kleinere Produkte heißt 1, 2, 3 Unzen. Es wird verschiedene Formen geben. Einmal die normale Knuffelgröße, wie ihr sie von den Perfement Gussbarren kennt. Es wird eine Herzchenform geben, weil sich das viele Leute gewünscht haben für Feiertage, um das zu verschenken. Und es wird eine Form von einem Stern geben, weil sich das auch viele Leute gewünscht haben, eben wie gesagt für Anlässe und so weiter und so fort. Und es wird eine normale, rechteckige Barrenform geben. Die Barren werden aber relativ dünn sein. Das heißt auch nur so 5 oder 7 Unzen um den Dreh. Wie wird die ganze Geschichte berechnet werden? Auch darüber gehe ich dann nochmal in diesem speziellen Video ein. Aber für die Leute, die es interessiert, ihr werdet natürlich nur für das bezahlen, was ihr auch bekommt. Die Barren werden natürlich nicht alle gleich viel wiegen. Wir werden das mit einer Feinwaage abwiegen. Ich werde euch ein Foto davon schicken. Wenn ihr eine Bestellung aufgebt, schicke ich euch ein Foto von genau den Produkten, die ihr auch bekommen werdet. Und zwar genau die, mit genau dem Gewicht. Und nur die werdet ihr auch bezahlen. Nicht irgendwelche Durchschnittspreise oder sonst irgendwas. Ihr bekommt wirklich zu 100% genau das Produkt, was ihr dann auf diesem Bild seht. Ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe damit gegeben, das alles so zu gestalten, dass es so gut wie möglich für jeden ist, der irgendwas kaufen möchte. Aber es ist natürlich nicht perfekt. Wie gesagt, wir haben leider keinen Online-Shop. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber da sprechen wir dann auch nochmal in einem speziellen Video darüber. Ich merke, mir geht die Stimme aus. Deswegen muss ich das Video jetzt heute mal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles, was ihr an Fragen und so weiter habt, zu dem Thema Steuergeschichte, oder auch zu dem Thema von meinen Silbergeschichten. Gerne die Kommentare schreiben. Beantworte ich wie immer sehr, sehr gerne. Super gerne, natürlich, dass wir das Video bewerten. Super gerne auch den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch eine besonders schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal.